Hallo ihr Freunde, was geht ab bei euch, sind wir am Start bei M9 In Your Game. Herzlich willkommen zu The Hospital. Wir befinden uns also genau da, wo wir schon seit geraumer Zeit hingehören, fürchte ich. Also legen wir mal direkt los und führen uns wie zu Hause. Suche die Drogen! Das sollte überhaupt kein Thema für mich sein. Äh. Jungs, sag mal, was ist denn das jetzt hier für eine Schei... Someone close the door, irgendjemand hat die Tür zugemacht. Eventuell ja deine dumme Mutter. Oh, das ähm... Oh, hi! Mensch, die sind aber hässlich. Alles klar. Was zum... Ich weiß nicht warum, aber irgendwie sieht so aus, als sei der Fahrstuhl kaputt. Oh, hallo! Sagen Sie, haben Sie zufällig die Drogen gesehen? Das ist total behämmert. Ich kann hier nur durch diesen kleinen Bildschirm was erkennen. Das verwirrt mich absolut. Gut. Ne. Hallo allerseits! Na, wie geht's denn heute? Ähm... Ich weiß nicht warum. Ich hab grad irgendwie ein bisschen Hunger gekriegt, Freunde. Geht's euch auch so? Na, was ist denn hier los schon wieder? Ich seh nix. Ich seh niemanden. Na, wo spukst du denn rum? Ach, da bist du, mein Freund. Ja, komm mal her. Na. Du spieferdärmer. Eine Minute, 37 Sekunden später. Komm, hau ab. Oh, sorry. Ich bin ja grad auf deinen Pferdeschwanz gelatscht. Oder so, ja. Och, denkt euch doch mal was Neues aus. Ähm... Oh! Die Drogen, Freunde! Jippuuu! Jetzt kann die Party richtig anfangen, würde ich sagen, oder? Der Ausgang ist zum Greifen nah, Freunde. Wir können dir entkommen. Look for the exit completed. Looking for something to open the door. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Look for something to open the door. Open the door. Open the door. Look for something to open the door. And take the drugs. Das sieht ja eigentlich gar nicht mal so schlecht aus hier, das Game, oder? Die Monster sind nur ein bisschen missraten. Sonst ist alles okay. So, haben wir hier... Oh, hallo! Haben Sie zufällig einen Türöffner gesehen? Möchten Sie nicht mit mir reden? Also, sagen Sie mal. Sind Sie eigentlich komplett behindert? Blut, Blut... Wo haben wir... Ach, ne Axt! Mensch, was werde ich damit wohl anfangen? Erstmal hier aufräumen, würde ich sagen. Steh mir nicht im Weg, Rob. So, Freunde. Dr. Brustmuskel hier vorne hat mich jetzt schon zum 5000. Mal genüsslich verspeist. Ne, soll ich mir auch vergönnt sein. Jetzt bin ich hierhin, hab die Drogen geholt und will die Axt nehmen. Und hab festgestellt, ich muss erst zu diesem verschissenen Ausgang, um zu sehen, dass ich die Axt brauche. Und erst dann kann ich hier hingehen und die Axt nehmen. Ich krieg gleich ein Raster, Alter. Ich mein, mir soll's ja egal sein. Schreib ich halt ein schlechtes Review. So, kann ich jetzt bitte das Ding da nehmen? Ich hab mich selbst entlassen. Danke für die Hilfe, aber der Service ist wirklich außerordentlich beschissen. Ihr wisst, Freunde, dass auf jeden Fall im Spiel allererste Sahne ist, wenn ich... Wenn ich nicht normal kommentiere, sondern wenn ich einfach nur Beleidigung an Beleidigung reihe. Run, he will kill you. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das spannend. Werde ich's rechtzeitig zum Ausgang schaffen? Oh nein. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Okay, können wir jetzt bitte raus? Dankeschön. Survived. Now you have the drug and viral video in YouTube. Ach, so ist das. 91 Millionen Aufrufe. Das wär mal schön. Suckskebrars. Suckskebrars. Alles klar. Ja, Freunde, das war The Hospital. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, ob mir das jetzt Spaß gemacht hat. Wenn's euch gefallen hat, dann vergewaltigt bitte unten den Like-Button und schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein. Ich freu mich auf euch. Bis dann, Leute. Out, rein und ciao. Wer wohnt denn hier mit seiner Familie mitten im Wald, Alter? Mit so vielen Katzen, die hier unterwegs sind. Oh, das ist gemütlich, Hase. Das nehmen wir.